Ja, moin, wir sind zurück bei der neuen Folge, Left 4 Dead 2. Okay, folgender Plan. Wenn wir uns starten, müssen wir alle Waffen neu sammeln. Also, wir entscheiden diese. Gut, die haben alle schon. Oh, hier. Let's lock it. Wir laufen mal von hinten auf. Wobei wir hier losstürmen. Bevor wir hier losstürmen. Jetzt ist er tot, oder? Ah, grösser. Genau, ich habe hier. Schau mal. Da! Ok. Da kommt schon der Erstabermotze. Ups. Er hat die Türe zugegeben. Aber ich habe die Türe selber zugegeben. Schock, aber das ist noch ein grosser. So kann er schnell drehen. Mit Rechts-Eis. Nehmen wir die Katzen noch. Katzflasche! Nehmen wir eine. Kaffeemaschine. Kaffeemaschine. Wieacula! Ui! Sieht uns genau da jetzt. Schau. Schuss. Lade! Not enough! Not enough! Ich nehme es nicht in die Zunge. Safe. Oh, es ist in der Nähe. Ich habe es nicht gehört. Hunter. Ich muss etwas Leute erstellen. Das ist die Gefahr. Hier ist noch eine spezielle. Super. Lade, lade. Er kommt rückwärts rein. Lade! Zum Glück hat er mich nicht getroffen. Du 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 du. So. Sicher. Das Gute ist es hat alle angezogen. Wahrscheinlich ist keiner mehr zurückgeblieben. Aber jetzt geht es da ab. Jetzt müssen wir sicher die Konzertmusik anlassen. Lade nach! Dann können wir alle killen. Das ist ja meine Waffe top. Scharfschützenwaffe oder wer? Ja wo? Lichte an! Lade nach! Ich weiss nicht wo. Dort oben. Lade nach! Lade nach! Lade! 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 10 Munik noch. Gut. Fireworks. Lade nach. Ich lade nach. Ich muss erst 3 schiessen. Licht an! Ich will nicht nochmal auf mich die Schlüssel. Lade nach! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Ah, ich habe gar keinen... Lade! Das heisst, hier geht es heftig ab, wenn man die Packs überkommt. Lade nach! Oh, sie nimmt schon Adrenalin. Licht! Lade nach! So, jetzt geht es ab. Ich hoffe, sie gehen alle zur Bühne. Unser Signal ist jetzt auf der Bühne. Schön. Wir checken die Gegend ab. Killen, was einzeln rumläuft. Damit sie nicht auch noch kommen. Hier wäre wahrscheinlich sehr gut. Elektroshocker! Jetzt sind wir hoch. Das wäre wahrscheinlich der optimale Platz, um sich näher zu verziehen. Oh, die Boomer-Katze ist zwar... Ein Kotztopf! Oder soll ich die reinnehmen? Dort bekommst du nur mehr, aber nicht von dir. Das Problem ist... Wenn ich den jetzt nehme, dann geht mir sofort die Mund aus. Und wir könnten versuchen, hier hinauf zu kommen. Während der Action. Keine mehr... Keine mehr... Ich habe die Türen zugegeben. Ja... Warte mal, dass noch eine Hexe kommt. Der Witch. Ich hätte es gesehen, dass er hier weg musste. Macht euch bereit, gleich rocken wir los! Uiuiui, da kommen wir von allen Seiten. Ich muss einfach dort rauf. Ich stehe mir jetzt in der Fall wie auf die Bühne. Jetzt bin ich auf der falschen Plattform. Ich bin 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 auf der falschen Plattform. Das war dumm. Ich bin nicht so hoch. Ich bin nicht so hoch. Ich kann sie hier auch noch haben. Super. Ich komme weiter. Ich komme weiter. Ich komme weiter. Ich muss das Reifen nehmen. Ich kann den Hügel ohne schiessen. Hügel nehmen hier. Ich muss so tief passen wie ein Lecker und so ziehe ich. Ich ziehe die oben runter. Autsch. Ah. Lade nach! Das war schon. Lade. Defibrillator. Schnapp mir einen Schuss. Schnapp mir einen Schuss. Was? Was war das noch nicht? Es geht wahrscheinlich immer schlimmer. Ei, ei, ei. Leider drüben. Herr kommt. Was? Nicht genug. Das ist nicht genug. Was? Nicht genug! Ich bin nicht genug. Was ist das? Die Leute, ja. Hey, der latscht mit seinen Schuss. Oh, tschüss. Achtung, wer weiß! Elektro-Schocker, ne? Was habe ich jetzt gemacht? Wir haben jetzt eine Spritze genommen. Kein Spielbruchstück. nå, jetzt, da! Ja, jetzt! Wie lange dauern! Wie lange dauern Sie hier! Ich schieße! Schrauben ihn auf! Achso, der Rei! Hey, ich bin! Wir sehen uns. Hey, das Ding! Ich weiß, dass die Tür nicht gut ist. Ich weiß nicht, dass die Tür nicht gut ist. Ich weiß nicht, dass die Tür nicht gut ist. Was hält die Tür? Ich weiß nicht, dass es nicht gut ist! schmicko 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 Es ist zu heilig, es ist zu heilig. Okay, Jungs. Go, 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 go. Oh, ist das? Oh, ist das? Okay, Jungs. Move. Okay, ich muss das auf. Ich muss das auf. Oh, ich muss das auf. Der ist nicht besser. Ja, ich habe keine neue Holder. Ich habe das. Ich werde die Hände. Die Hände nicht mehr. Die Hände nicht mehr. Die Hände nicht mehr. Ich habe ihn nicht mehr. Wir werden nichts von dir, meine Hälfte! Scheisse! Oh mein Gott! Jetzt, wo der Heli gelandet hat, direkt los soll. Mein Fehler. Das ist die Späne geschnallt. Vor allem die falsche Waffe für hier. So sind alle ready. So wie die. Erstmal sammeln wir Vorräte. Jetzt nutzen wir das Midnight Rider Finale. Das ist mit Feuerwerk, Rauchbomben, Lichtern und Lichtern. Ich weiss ja, wo ich nächstes Mal die Muni rüberkomme. Also kann ich mir hier etwas ballern. Das Schwert wäre natürlich auch gut. Jetzt kann ich das alles normal machen. Weg, 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 weg. Weg, weg, weg. Oh ja, da sind jetzt noch z.B. Filme. Die. Boah, das ist immer anders. Hier ist noch irgendeiner. Ist noch irgendwie... Und das ist wieder der Hunter. Jetzt kommt hier noch der mit der Kotze. Link wie ein hässlicher Jockey 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 kommt Rinde ist sauber Lade nach Lade ist auch da Lade ist auch da Da ist die Bühne Wir können alle weg Sonst kommen wir Zivil mehr Nein, da sind wir auch da Die Bühne sind nicht Die Bühne sind nicht Ich kann ihn auch etwas verteilen. Schiessen meine Leute auch rein? Keine Ahnung. Die Schanelle wegkillen. Es ist viel zu viel. Hier müssen wir hin, wenn es endet. Zuerst hole ich die Muni. Halt ihn auf. Das müssen wir nur noch müssen. Ich könnte nicht hier unten bleiben. Ich habe das Gefühl. Die Frage ist ob wir wirklich nachkommen können. Jetzt müssen wir hier unten gehen. Wir gehen hoch. Wir gehen hoch. Dann gehen wir dann. Am besten wieder hier drauf. Das war am besten. Kommt, kommt, kommt. Wir gehen hoch. Wir gehen hoch. Ich habe die Muni ausgegeben. Ich muss noch starten. Wir gehen hoch. 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 Bis zum Glück. Die Muni verstände chce. Wirst du im Baseball in Fall! Das ist ein Rüberschreiter! Das ist einer da, oder? Ich glaube, Shell sollte sich mal selber behalten. Das muss ich. Halt! Halt! Zwickleck Eisendrück Fettzackhund Halt! Halt! Hab die Tabletten Gut! Ok, jetzt geht es richtig los Was bitter ist da hinten gewesen Milchacki Obwohl dass hier keiner rauf kommt oh Oh, was this big kid? Hey, we made it over. Ich konnte den da rauf und unzern. Aaaaaaah. Hier hat der Helly. Das ist die Mennung da. Helly oder? Scheiße, da sind die Katze eben. Irgendwie. Ist so, ob er die Katze kommt. Schnell wie herrlich 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 Das ist ja geil, das landet immer einander, aber ja, jetzt gibt es mich. Das ist alles. Meine Sekte. Ich kann nicht mehr. Ich will da rein. Ich will da rein. Nur ich bin super. Kannst du noch Hilfe? Ich bin nicht hier drüber. Die sind alle tot. Die sind zurückgelassen. Scheisse. Das war gar nicht einfach. Aber ich habe ja nicht einmal einen gerettet. Ich habe ja nicht mal gedacht. Ich habe ja nicht mal versucht, ich habe es von mind.